Gino, wir stehen gerade im Kabinengang im Stadion an der Grünwalder Straße. Die Mannschaft absolviert gerade nach dem 1 zu 1 gegen den FC Bayern 2 das Auslaufen. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, es war auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Was uns ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, war der Elfmeter. Das darf natürlich nicht passieren. Wir hätten vorher schon in Führung gehen können, wo der Stoppe eigentlich ganz alleine vom Torhüter auftaucht und leider dann nicht abgeschlossen hat. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, sind wir dann zurückgekommen, haben das 1 zu 1 gemacht. Klar waren wir dann zeitweise auch dementsprechend unter Druck, aber letztendlich hätten wir zum Schluss eigentlich des 2-1 machen müssen. Da haben wir super Kontermöglichkeiten gehabt, haben wir Überzahlspiel gehabt, aber haben halt den Kontern nicht zu Ende gespielt. Möglichkeiten waren da, um Tore zu schießen, aber heute hat man gesehen, dass auch eine gewisse Frische gefehlt hat. Man hat gesehen, drei Tage nur Pause waren einfach zu wenig für uns im Moment. Diese Frische, diese Aggressivität, was wir jetzt in den letzten Spielen gehabt haben, war heute noch nicht ganz da. Aber die Mannschaft hat sich zurückgekämpft und hat sich den Punkt sicherlich auch verdient. Was überwiegt da? Die Freude über den aufgeholten Rückstand oder der Ärger, dass es keine drei Punkte sind? Ja gut, in erster Linie müssen wir zufrieden sein, dass wir in so ein Spiel überhaupt noch mal reinkommen, muss man ganz klar sagen. Die Bayern haben ja den Ball dann sehr gut laufen haben lassen, waren sehr ruhig am Ball, haben keine unnötigen Ballverluste gehabt und da war es natürlich schwierig, den Ball zu erobern. Daher bin ich schon zufrieden, dass wir da den Ausgleich gemacht haben. Klar kann man zum Schluss die drei Punkte noch holen, aber im Großen und Ganzen gesehen muss man schon mit dem Punkt zufrieden sein. Joshua Bitter hat heute eine gute Viertelstunde wieder gespielt. Könnte da jetzt im nächsten Spiel gegen Magdeburg auch mehr drin sein? Oh, glaube ich nicht. Ich glaube, die Viertelstunde hat ihn gut getan. Wir wissen, dass er jetzt 15, 20 Minuten an die Grenze gehen kann und wenn wir ihn gegen Magdeburg brauchen, dann ist er sicherlich wieder bereit für uns diese 15, 20 Minuten mit 100 Prozent zu spielen. Als Josch dann aufs Feld kam, ist Max Sauer nach vorne gerückt. Ist das eine Variante, die du dir häufiger vorstellen könntest? Ja, vor allem jetzt hier auswärts und ich habe gemerkt, dass die Mannschaft von Minute zu Minute immer müder wird und sich schwer getan hat, dann gegen den Ball zu arbeiten. Deswegen war mir diese Variante jetzt lieber, als jetzt nochmal offensiv zu agieren und hier vielleicht noch ein Tor zu kassieren. Jetzt steht noch eine lange Rückfahrt zurück aus München an. Das nächste Heimspiel kommt dann schon. Was nimmst du dann Positives auf dieser Luftfahrt in Richtung Giesburg mit? Ja, wie gesagt, positiv nehme ich mit, dass wir zurückgekommen sind nach dem 1-0, dass wir präsent waren, dass wir da waren und nicht so wie die Spiele davor, wie es am Anfang war, dass wir einmal im Rückstand geraten sind, dass wir dann das Zweit und das Dritte bekommen haben. Also man merkt schon, dass die Mannschaft sich immer weiter festigt. Aber wie gesagt, die Dauer von einem Spiel zum anderen war einfach zu kurz. Alles klar, Cino. Vielen lieben Dank.